Hallo, ich bin Nicola Merino. Ich habe Gipser EFZ gelernt. Das ist eine 3-jährige Ausbildung. Ich nehme ihn heute mit in meinen Alltag. Der Gipser-Beruf wäre der richtige Beruf für dich, wenn du gerne körperlich, im Team und auch viele Abwechslungen im Alltag hast. Es ist typisch für einen Gipser-Beruf, dass der Arbeitsort wechseln kann. Und somit haben wir sie von der Fassade zum Innenausbau gewechselt. Was mir gefällt im Beruf ist, dass ihr am Abend sehen, wie sie den Tag aus gemacht haben.